Was sind eigentlich die 10 bösesten Kreaturen aus Harry Potter? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf einige der Kreaturen der magischen Welt. Allerdings werden wir uns nicht einfach irgendwelche Kreaturen ansehen, sondern die dunkelsten und übelsten, die die Welt der Zauberer bevölkern. Glücklicherweise gibt es für jede dunkle Kreatur eine gesunde Anzahl von freundlichen Gegenstücken. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die magische Welt frei von Bosheit ist. Denkt jedoch daran, dass dies ausschließlich meine Meinung und Meinungen aus Foren sind und ich bitte euch alle eure eigene Liste unten zu kommentieren zu den bösesten Kreaturen in Harry Potter. Bevor wir starten, guckt doch gerne mal in der Videobeschreibung beim ersten Link vorbei. Dort findet ihr eine kleine Umfrage, die ich erstellt habe, um noch bessere Videos für euch produzieren zu können. Wenn ihr die kurz ausfüllt, würde mir das sehr doll weiterhelfen, da mir das ein klein mehr Einblick in euch und eure Wünsche geben würde. Danke euch. Ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit dem Video starten. Nummer 10 – Vampire In der Welt von Harry Potter werden Vampire als magische Wesen dargestellt, die zwar nicht sehr prominent, aber dennoch vorhanden sind. Hier sind einige wichtige Informationen zu Vampiren in Harry Potter. Vampire in Harry Potter haben viele der typischen Eigenschaften, die mit Vampiren in der Folklore verbunden sind. Sie sind nachtaktive Wesen, die Blut trinken und eine gewisse Immunität gegenüber herkömmlichen Zauberstäben besitzen. Vampire sind gegen viele Zauber immun, was sie zu gefährlichen Gegnern macht. Sie können sich beispielsweise vor Zauberstäben verteidigen und haben auch erhöhte Stärke und Geschwindigkeit. In der magischen Gesellschaft von Harry Potter leben Vampire etwas am Rand. Es gibt jedoch genug Anzeichen dafür, dass sie versuchen, sich etwas zu integrieren. Zum Beispiel besucht Sanguini, ein Vampir, Slughorns Weihnachtsball in der Halbbildprinz. Vampire ernähren sich von Blut, was in der magischen Welt als gefährlich und auch problematisch angesehen wird. Es ist bekannt, dass Vampire Menschen beißen, um Blut zu trinken. Es ist wichtig zu beachten, dass Vampire in der Harry Potter-Reihe nicht so zentral sind wie andere magische Kreaturen. Dennoch tragen sie zu der reichen Vielfalt magischer Wesen bei, die in der Welt von Harry Potter existieren. Nummer 9 – Die Todesfee Immer wenn ich das Wort Todesfee höre oder lese, denke ich automatisch an Gilderoy Lockhart. Der Auslöser dafür sind natürlich seine erfundenen Geschichten, in denen er behauptet, verschiedene mächtige magische Kreaturen besiegt zu haben. In einem von Lockharts Büchern beschreibt er seinen vermeintlichen Triumph über eine mächtige Todesfee, die die Welt der Zauberer terrorisiert haben soll. Ich bin die Todesfee nicht losgeworden, indem ich sie angelächelt habe. So lautet Lockharts berühmte Aussage. Heute wissen wir natürlich, dass Lockharts Geschichte erfunden war und die Errungenschaft einer anderen Hexe zugeschrieben werden sollte. Dennoch existieren Todesfee in Wahrheit und sie sind äußerst gefährliche dunkle Kreaturen. Todesfee sind finstere, bösartige Geister, beheimatet in Schottland und Irland, die die Gestalten skelettartiger Frauen mit grüner Haut und schwarzem Haar annehmen. Ihre Gefährlichkeit liegt besonders darin, dass sie einen schrillen Schrei ausstoßen können, der für die Ohren tödlich sein kann. Ähnlich wie bei den Geistern ist ihre Existenz von Grund auf böse und es gibt keinen einzigen guten Knochen in ihrem Körper. Der beste Schutz gegen eine Todesfee ist ein einfacher Lachtrank tatsächlich. 8. Obscurus Ein Obscurial ist jemand, der einen Obscurus in sich trägt, eine düstere Manifestation unterdrückter Energie. Sie sind von Natur aus Parasiten, da sie tief in ihrem Wirt verbunden sind. Ein Obscurus entsteht am häufigsten, wenn ein gestörtes Kind bewusst versucht, seine magischen Fähigkeiten zu unterdrücken oder durch physischen oder psychischen Missbrauch dazu gezwungen wurde. Newt Scamander drückt es perfekt aus. Bevor die Zauberer in den Untergrund gingen, als wir noch von Muggeln gejagt wurden, versuchten junge Zauberer und Hexen manchmal ihre Magie zu unterdrücken, um Verfolgung zu vermeiden. Anstatt also zu lernen, ihre Kräfte zu nutzen oder zu kontrollieren, entwickelten sie einen sogenannten Obscurus. Der Obscurus ist zweifellos eine der dunkelsten Kreaturen oder auch Parasiten in der Welt der Zauberer, da er vollständig aus negativer Energie erschaffen wird. 7. Gorgonen Der effektivste Weg, um den Menschen genau zu erklären, was eine Gorgone ist, besteht darin, die berühmte Gorgone aus der Mythologie zu betrachten, Medusa. Medusa war eine Frau in der griechischen Mythologie, deren Schönheit oft mit der Göttin Athene verglichen wurde. Das verärgerte Athene, und so entschied sie sich, Medusa zu verfluchen, indem sie sie hässlich machte und ihr Haar in Schlangen verwandelte. Von diesem Zeitpunkt an wurde jeder, der direkt in die Augen von Medusa schaut, zu Stein verwandelt. Medusa und ihre beiden Schwestern waren die ursprünglichen Gorgonen. Zufälligerweise tauchen die Gorgonen auch im Harry Potter Universum auf. Die Gorgone war furchteinflößend und klug. Allein durch ihre Blicke konnten sie Männer in Stein verwandeln, so dass sie für immer Statuen sein mussten. Nr. 6 Der Basilisk Wenn du die Kammer des Schreckens gesehen oder gelesen hast, bist du mit dem Basilisken vertraut. Riesige, schlangenartige Kreaturen, die ursprünglich von einem dunklen Zauberer namens Herpo der Üble erschaffen wurden. Von den vielen furchterregenden Bestien und Monstern, die unser Land durchstreifen, gibt es keines, das seltsamer und auch tödlicher ist als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange, die gigantische Ausmaße erreichen und viele Jahrhunderte alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren und schlüpft unter einer Kröte hindurch. Seine Tötungsmethoden sind höchst interessant, denn neben seinen tödlichen Fähigkeiten verfügt der Basilisk über einen mörderischen Blick und jeder, der von seinem Blick getroffen wird, erleidet den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlichster Feind, und der Basilisk fliegt nur vor dem Krähen eines Hahns, das für ihn ziemlich tödlich ist. Irgendwie lächerlich, oder? Basilisken sind riesig, mächtig und immun gegen viele magische Angriffe. Sie besitzen nicht nur gewaltige Reißzähne, sondern auch schützende Schuppen sowie einen Blick, der einen augenblicklich töten kann. Nummer 5 Zombies. Ja, das ist richtig. Das Harry Potter Universum schließt Zombies nicht aus. Und hier spreche ich nicht von Enferi, sondern von genau der Art von Zombies, an die du denkst. Zombies tauchen erstmals im Jahr 1913 in einer Lektion in Verteidigung gegen die dunklen Künste auf, als sich der Irrwicht eines Schülers in einen Zombie verwandelt. Sie wurden auch im Stein der Weisen erwähnt, als Quirrell sagte, dass sein Turban ein Geschenk eines afrikanischen Prinzen war, um einen Zombie loszuwerden. Der Zombie ist nur im südlichen Teil Amerikas bekannt. Er ist an seiner gräulichen Farbe und seinem fauligen Geruch zu erkennen. Zombies sind natürliche Kreaturen, deren Ursprung in der Hyatianischen Geschichte liegt. Sie sind im Grunde genommen wiederauferstandene und wiederbelebte menschliche Leichen, die sich von Fleisch aber trotzdem ernähren. Nummer 4 Lightfolds. In fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, werden Lightfolds perfekt beschrieben. Der Lightfold ähnelt einem schwarzen Mantel, der etwa zwei Zentimeter dick ist und erscheint etwas dicker, wenn die Kreatur kürzlich ein Opfer verdaut hat. Er gleitet auf der Suche nach seiner Beute mit einer unbekannten Fortbewegungsart über Oberflächen und greift nachts an, wenn das Ziel schläft, indem er es erstickt und dann verdaut. Lightfolds ähneln den Dementoren recht stark und können sogar mit Expecto Patronum abgewehrt werden. Die Etymologie hinter dem Namen Lightfold ist ziemlich einfach, denn Lightfold kommt von zwei Wurzeln. Letum, eine Abwandlung von Letum, was auf lateinisch Tod, Vernichtung und Verderben bedeutet, sowie Falten, was wahrscheinlich auf das verhüllte Aussehen der Kreatur anspielt. Der Lightfold ist eine wirklich gefährliche magische Bestie, die äußerst aggressiv, gewalttätig und sogar fleischfressend ist. Nummer 3 Irrwichte. Irrwichte sind im wesentlichen Manifestation unserer tiefsten und dunkelsten Ängste. Sie sind unsterbliche, gestaltwandelnde Nichtwesen, die sich in das verwandeln, was man am meisten fürchtet. Niemand weiß, wie ein Irrwicht von Natur aus aussieht, da er sich verwandelt, sobald man ihm begegnet. Wenn Irrwichte nicht gerade Menschen erschrecken, findet man sie oft in engen Räumen oder lauernd in dunklen Ecken. Ähnlich wie Poltergeister, die eine Vorliebe für Unfug haben und Dementoren sich von Dunkelheit und Depression ernähren, sind Irrwichte mit Furcht gepaart. Eines der interessantesten Merkmale von Irrwichten ist, dass sie sich in etwas verwandeln können und dabei die Fähigkeit des transformierten Wesens nachahmen. Wenn sich also ein Irrwicht in einen Dementor beispielsweise verwandelt, ist er in der Lage, all die schrecklichen Dinge zu tun, die ein Dementor auch tun kann. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Fähigkeiten des Irrwichts im Vergleich zur ursprünglichen Kreatur oder zum ursprünglichen Wesen ziemlich unterdrückt sind. Nummer 2 Inferi. Die Inferi sind düstere Leichen, die durch den Fluch eines dunklen Zauberers wieder zum Leben erweckt werden. Harry und Dumbledore begegnen den Inferi zum ersten Mal in der Höhle, wo sie ein See bewohnen, der den Eingang der Höhle von dem darin befindlichen Horcrux trennt. Laut Pottermore werden die Inferi, nachdem sie wiederbelebt wurden, zu einer grausamen Marionette und können vom betreffenden dunklen Zauberer als entbehrlicher Diener eingesetzt werden. Das offensichtlichste Zeichen dafür, dass man es mit einem Inferi und nicht mit einem lebenden Menschen zu tun hat, sind die weißen, trüben Augen. Nichts ruft so sehr nach einer dunklen Kreatur wie ein Leichnam, der auf magische Weise wieder zum Leben erweckt wurde. Voldemort hat eine ganze Armee von Inferi, höchstwahrscheinlich aus den Leichen von Hexen und Zauberern, die er selbst getötet hat. Sie sind die Untoten und existieren nur, um Gräueltaten zu begehen. Wahrhaft dunkle und finstere Kreaturen. Und auf der Nummer 1 Dementoren. Ich bin sicher, du hast es irgendwie kommen sehen, aber um ehrlich zu sein, würde ich mich ziemlich schwer damit tun, irgendeine der anderen Kreaturen über die Dementoren zu stellen, weil die Dementoren einfach die düstersten sind. Dementoren sind getarnte Kreaturen, die eine Größe von bis zu drei Metern haben und von dunkelgrauer, schorfiger Haut bedeckt sind. Sie sind schaurige Wesen, die auf Unheil und Verzweiflung abzielen. J.K. Rowling schuf sie, um alle negativen Aspekte einer Depression zu personifizieren. Dementoren gönnt zu den abscheulichsten Kreaturen, die diese Erde bevölkern. Sie hausen in düsteren, schmutzigen Orten, nähern sich von Verfall und Verzweiflung und saugen Frieden, Hoffnung und Glück aus der Luft, die sie umgibt. Selbst Muggel spüren ihre Anwesenheit, obwohl sie sie nicht sehen können. Näherst du dich einem Dementor, werden jede positive Empfindung und jede glückliche Erinnerung aus dir herausgesogen. Und das war's mit diesem Video und meiner Liste von den bösesten Kreaturen in der Harry Potter Welt. Schreib doch gerne eure Liste in die Kommentare. Wenn du mir etwas aushelfen möchtest, fülle gerne auch die Umfrage offen und ehrlich aus. Dauert auch nicht lange, versprochen. Link ist unter dem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte zu dem Thema, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne auch ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.